Willkommen bei Emoliert, dem Format in dem wir Konsolenspiele nehmen und versuchen das meiste grafisch rauszuholen und ganz nebenbei vielleicht noch Geheimnisse aufdecken. Dies ist der erste Part einer 2 Part Serie über Mario Kart, die beliebteste Kart Racer Marke überhaupt und wohl auch die einzige die überlebt hat. Wir fangen an mit der Super Nintendo Version, passenderweise Super Mario Kart genannt. Als jemand der mit der Konsole aufgewachsen ist, fühlt es sich immer sehr falsch an, emolierte Super Nintendo Spiele zu sehen. Diese extrem klare Optik, dass man regelrecht alle Pixel zählen kann, war damals einfach nicht so, da wir auf riesigen Röhrenfernsehern gespielt haben, die anders als moderne Fernseher eklige Eigenschaften hatten wie Color Bleeding, was passiert, wenn harte Farben aufeinander treffen und leicht verschmelzen, sowie Scanlines, die zwischen allen horizontalen Linien erscheinen. Diese beiden eher negativen Eigenschaften machten sich die Entwickler zunutze und designten Spiele, die daraus das Beste machten. Also eigentlich dürfte ein altes Spiel nicht so aussehen, sondern müsste so aussehen. Und ja, das sieht jetzt am Anfang extrem furchtbar aus, aber je länger man das Ganze in dieser Optik spielt, desto mehr merkt man, dass es einfach passt. Es ist doch irgendwie seltsam, dass Spiele versuchen, einen Reto-Look zu erlangen, indem sie Pixel-Grafik verwenden. Dabei sah damals kein Spiel der Welt so aus wie moderne Pixel-Grafik-Spiele. Diesen Filter-Effekt hat zum Beispiel der Nintendo Classic ebenfalls eingebaut und ich rate jeden, um ihn zu verwenden. Hier noch zwei Fun-Facts. In der japanischen Version haben Bowser und Peach sich volllaufen lassen, wenn sie gewonnen haben. Da das aber nicht kindergerecht ist, wurde es in der US- und EU-Version geändert. Schade, so eine saufende Peach ist schon, hm, ein seltsames Bild. Und eine Sache, die man wieder einfiel beim Spielen, wenn man A und Y gleichzeitig beim Spielerauswahlbildschirm drückt, dann schrumpft der ausgewichtete Charakter und man spielt die ganze Zeit in dieser Form. Da das Spiel manchmal echt einfach ist, hat man so eine extra Herausforderung, da jede Berührung mit einem Mitstreiter verheerend ist. Das zeigte mir damals übrigens mein bester Freund, als ich Kind war. Damals, wo man sich Sachen noch nicht aus dem Internet zog. Aber das ist alles, was man zu einem immolierten Super Nintendo-Spiel sagen kann. Springen wir daher eine Generation weiter. Mario Kart 64 ist für viele von uns eine Nostalgiebombe. Und meine Güte, ist das Spiel scheiße. Zumindest im Vergleich zu einem folgenden Mario Karts ist die Items Ballons Müll, die Steuerung furchtbar und auch der Umfang neben den normalen Grand Prix ist halt echt gering. Aber es hat seinen Charme und deswegen lieben wir es. Wenn wir das Spiel jedoch emulieren, haben wir direkt viele Unschönheiten. Gegen die Draw Distance können wir nicht so einfach etwas machen. Aber auch insgesamt ist die Optik extrem altbacken, da die Figuren vorgerenderte Sprites sind und bei einer hohen Auflösung extrem verpixeln. Also wie wärs, wenn wir das ganze interpolieren lassen, damit noch ein paar Pixeln mehr werden? Und wo wir dabei sind? Wie wäre es mit Ambient Occlusion, Tiefenschärfe, Bloom, Texturen bisschen schärfer, bisschen Nebel hinzufügen und Farbwerte korrigieren? Boom! Mario Kart 64, wie wir es nie sehen durften. Und ein weiterer Beweis, wie unfassbar faule Nintendo mit ihren Ports sind. Ihr müsst immer dabei bedenken, dass die originale Auflösung von Mario Kart 64 320 x 240 Pixel war und selbst die von Nintendo emulierten Versionen auf der Wii und der Wii U die Auflösung auf eine normale PAL-Auflösung hochstuften. Heißt schon, da merkte man schnell am Interface der Spiele, dass irgendetwas nicht stimmte. Warum Nintendo nicht also ein wenig mehr mit ihrer Virtual Konsole gemacht hat? Naja, das werden wir wohl nie erfahren. Wisst ihr, was absolut kurios ist? Ihr kennt ja alle die Themen, wenn man eine Runde beendet hat. Also, die hier. Jetzt stellt euch mal vor, dass es eigentlich einen zweiten Part der Musik gibt, nämlich diesen hier. Der zweite Part wird jedoch wegen einem Binary Counter Bug einfach nie abgespielt, wobei nie vielleicht das falsche Wort ist. Denn anstatt zweimal den Luke des ersten Parts abzuspielen, wird er 64 mal abgespielt. Das bedeutet, dass man den zweiten Part der Musik, der eigentlich nach genau 100 Sekunden kommen sollte, nach 54 Minuten und 39 Sekunden hören kann. Wenn ihr also auf diesem Bildschirm 54 Minuten und 39 Sekunden idelt, dann werdet ihr ja den zweiten Part der Musik zweimal hören dürfen. Ich würde sagen, da hat jemand gehörig geschlampt. Ebenso interessant ist, dass Charles Martini nur in der US- und EU-Version fast alle männlichen Figuren im Spiel sprach. In der japanischen Version hatten Luigi und Wario andere Sprecher. Einigen wird dann aufgefallen sein, dass das dieselben Clips sind, die auch in Mario Party 1 und 2 verwendet wurden. Wer sich also fragte, warum die Figuren dort anders klingen, nun wisst ihr es. Es sind die japanischen Clips aus Mario Kart 64. Und wo wir schon dabei sind. Wario sagt in Mario Kart und Mario Party folgendes. So ein Mist. Und ja, es ist tatsächlich so ein Mist. Thomas Spindler hat die Story bestätigt, dass er damals mit seiner Firma diverse Spiele direkt bei Nintendo übersetzt hatte. Und es deswegen dazu kam, dass er gebeten wurde, Samples einzusprechen. Ware war beabsichtigt, deutsch zu sein, was aber, wie wir wissen, schnell verflogen ist. Und weil es so schön ist, wagen wir noch einen schnellen Blick in Mario Kart DS. Ein wirklich hervorragendes Mario Kart, das selbst auf dem DS super aussah. Doch machen wir uns nichts vor. Ja, es sieht gut aus, aber würde das Spiel so aussehen, dann hätten wir absolut nichts dagegen gehabt. Wie bei fast allen DS-Spielen sind die Texturen beeindruckend hoch aufgelöst. Damit sie nicht verzerrt werden, sollte die Kamera zu nah an Objekte rangehen. Und natürlich hilft es auch, dass wir heute sehr viel bessere Tools zur Verfügung haben als damals. Wodurch heutzutage Figuren mit weniger Polygonen deutlich besser aussehen als damals noch mit mehr Polygonen. Wenn man das Spiel mit der Auflösung spielt, will man gar nicht mehr zurück zur alten. Und ich bin weiterhin verwirrt, warum Nintendo viele DS-Spiele nicht portiert hat mit einer höheren Auflösung. Aber es ist halt Nintendo. Wenn es um Dinge geht, die sich noch im Speicher befinden, sieht es mager aus. Zumindest, wenn man spannende Sachen haben will. Im Speicher vom Spielversteck gibt es den Waluigi Flipper gleich zweimal als Prototyp-Version. Zudem gibt es noch eine Double Dash-Strecke und eine komplett neue, die aber unfertig ist. Ebenso gibt es diese zwei nicht verwendeten Karts. Aber ansonsten wurde sehr gut aufgeräumt und nur Kleinigkeiten blieben übrig. Erkürzen wir uns daher lieber an Mario Kart DS mit einer hohen Auflösung. Denn das ist doch auch nett. Das war es dann auch mit Part 1. Beim nächsten Mal geht es dann um Mario Kart Double Dash sowie Mario Kart 7 und Mario Kart 8. Schreibt gerne in die Kommentare, was wir uns danach anschauen sollen. Und wer diesen Content mag, darf uns natürlich gerne abonnieren. Und der Daumen nach oben ist halt auch eine fesche Sache. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.